Ab dem 1. Oktober 2013 ist diese hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt im Rhein-Sieg-Kreis. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 40 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 340 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017